Musik Ja hallo, ich bin Erik Malmöbius, bin Rekommandeur und willkommen in meiner Welt auf der Kirmes. Hey Süßrödoch, da seid ihr richtig hier, im Club, im Haus, da wollen wir mal. Dann fangen wir's an, da bringen wir Schwung in die Maschine, da wird hier Karusse hinbefahren. Hey Leute, seid ihr im Flow, und jetzt alle zusammen hier, seid ihr im Flow. Alles klar, alles easy, da wollen wir mal, los Süßrödoch, are you ready? Jetzt ist es so, everybody welcome, nice to meet you, welcome good evening, Attacca. Ja, Kamera startklar, im Hintergrund wirst du auch schon hier gefilmt gerade, ne? Und erwartet. Richtig, denn heute geht's um dich. Ja, das freut mich, dass wir uns endlich nach Jahren mal wiedersehen. Wir kennen uns ja auch schon ewig, aber jetzt hat es mal geklappt, dass wir beide mal zusammen ein Interview wiederführen. Ja, und wir sind ja hier gerade auf der Rheinkirmes, der größten Kirmes am Rhein. Und der schönsten. Und da fühlt es sich auch sehr wohl, ne? Ja, sehr. Also Düsseldorf ist ja wirklich einer meiner Favoriten von den Plätzen. Und hier ist man einfach zu Hause. Das ist ein riesen Klassentreffen hier. Sehr viele Freunde, sehr viele Bekannte und natürlich sehr viele Kollegen, mit denen man sich dann auch mal treffen kann und abends was unternehmen kann. Markus, hier bin ich. Ich bin nicht mehr das kleine Mäuschen, sondern ich bin jetzt cool und lässig und flippig. Ja, Erik, wie sieht's aus? Sollen wir mal rumgehen? Auf jeden Fall, ich hab da Lust drauf. Lass uns die Runde über den Bummel rummeln. Ja, hier gibt's auch jede Menge Kirmes-Begeisterte. Und ich glaub, Kirmes-Begeistert bist du auch, ne, oder? Ja, Kirmes ist meine Welt, weil, wie gesagt, ich bin ja damit aufgewachsen. Das Thema hat mich eigentlich immer ein bisschen beschäftigt. Und das war damals mein Hobby gewesen. Und als ich dann die Gelegenheit hatte, in Dortmund zu Osterkirmes bei HW Wegener das Ganze mal auszuprobieren am Beachjumper, als er den neu hatte, da hat mich das komplett gefesselt. Also dieses am Mikrofon sitzen und die Leute zu begeistern und mitzureißen und für Stimmung zu sorgen, das ist genau mein Ding gewesen. Und da bin ich eigentlich sehr verankert dann. Ja, und jetzt sitzt du gerade im typischen Kirmesgeschäft. Denn ich glaub, so eine Raupe, das hat was mit den Ursprüngen zu tun, oder? Ja, ich finde ja nicht nur Ursprünge. Ich finde ja auch, dass die Tradition ja selbst auf eine moderne Kirmes wie in Düsseldorf, wo auch Highlights stehen oder Neuheiten, einfach mit dazugehört. Weil so ist ja eigentlich der Ursprung damals gewesen, dass die Geschäfte halt robust aus Holz und stämmig waren. Und die gehören heutzutage auch noch mit dazu. Na, das Herz einer Kirmes ist, was mir aufgefallen ist, dass es mittlerweile wieder so sein sollte, dass es familienfreundlich ist, also dass wirklich sich jeder wohlfühlt, egal wer. Dass man hier hinkommt, dass man den Alltag komplett vergisst, dass man Spaß hat, dass man aber auch ohne oder mit wenig Geld über eine Kirmes und über ein Volksfest laufen kann, um dem Alltag zu entfliehen und dass es nicht aufgesetzt ist, dass man sagt, ich muss jetzt da mitfahren und da mitfahren, sondern dass es einfach die gesamte Atmosphäre ist, ob ich mir ein Bier trinken gehe oder eine Cola oder ob ich Breakdance fahre oder die Raupe oder ob ich mir Lose kaufe. Dass dieses Gesamtkonzept einfach passt, dass man am Abend, wenn man wieder zu Hause sagt, Mensch, dieser Tag ist mir in Erinnerung geblieben und der hat meinen Tag erfüllt und ich konnte halt aus meiner Alltagswelt entfliehen. Das ist für mich eigentlich, was eine Kirmes oder ein Volksfest ausmacht. Wie viele Jahre bist du schon auf der Reise? Also ich habe mit 24 angefangen, ich bin jetzt 36, dann könnt ihr euch das selber ausrechnen. Und wie bist du dazu gekommen? Ja, wie gesagt, das Thema hat mich schon immer sehr beschäftigt oder in den Bann gezogen. Ich war auch immer damals mit Freunden in Soßen und anderen Kirmes unterwegs gewesen, wo man schon gesagt hat, da ist eine Glühbirne kaputt oder da oder hier ist was Neues oder es wurde was Neues lackiert oder umgestaltet, wo die schon immer gesagt haben, Erik, du hast leicht einen an der Klatsche, wer guckt da drauf? Aber da war eigentlich immer für mich so das Auge da und so ist das halt alles zusammengekommen und zusammengewachsen und deswegen bin ich auf der Kirmes gelandet. Hat das eigentlich dein Umfeld immer verstanden oder gab es auch welche dabei, die gesagt haben, wie kann man das nur machen? Also es gab so und so welche. Es gab Freunde, die das komplett verstanden und auch akzeptiert haben, die mit mir auch auf die Kirmes gegangen sind und das dann erdulden mussten, dass ich gesagt habe, das gefällt mir nicht oder das ist gut oder die Gestaltung ist außergewöhnlich und sowas. Die haben das mitgemacht. Das ist natürlich, wenn du keine Ahnung hast oder nicht, den Bezug dazu, dass du anders reagierst. Das ist so, als wenn mir einer der größte Fußball-Fan mir was vom Fußball erzählt, wo ich daneben stehe. Okay, für mich sind das Leute, die hinter dem Ball hinterher rennen und andersrum muss man das halt auch akzeptieren alles. Was denkst du, wo die Reise hingeht? Höher, schneller und weiter. Hightech-Geschäfte. Geschäfte, die schnell aufgebaut werden können, die mit einer Person eine halbe Stunde aufgebaut werden können oder mehr in die Richtung alte, massive Geschäfte. Also ich denke mal, dass es ja auch so ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel hier die Düsseldorfer Rheinkirmes betrachtet und steht dann auf der Brücke und hat so einen Überblick, dass man da eher die großen Geschäfte wahrnimmt, die imposant sind und die man direkt erkennt. Und dann sagt man, das ist eine Kirmes und das ist geil, da will ich hin. Ich denke mal, wenn zu viel diese Schnellgeschäfte gebaut werden, dass dann die Kirmes nicht mehr die Qualität hat, die sie mal hatte. Und was denkst du dazu? Was denkst du, wo geht es da hin? Ich weiß nicht, wo der Trend liegt. Ich denke schon, dass auf kompakt der Trend liegt, dass man kompakt baut, dass man weniger Kranarbeiten hat, mehr zum Klappen. Das denke ich schon, dass da der Trend hingeht. Jedoch ist es ja das, was die Kirmes ja ausmacht, wo wir wieder bei der anderen Frage wären, dass von jedem was dabei ist. Und es gibt ja auch wirklich noch die Klassiker wie damals von Hus, die massiv sind und schwer sind. Oder jetzt auch der Airwolf, was der Herr Weber oder die Firma Weber ja aufgekauft hat wieder. Und damit ja auch Erfolge feiert. Es ist ja nun mal der Erfolg, das Geschäft und wie man es betreibt und vermarktet und alles. Und ich denke einfach, dass jedes Publikum abgedeckt wird einfach. Es ist was für die Familie dabei, da gehören die Klassiker dazu. Und es gibt auch die Highlights oder Neuheiten, die komplett neu auf dem Markt sind, die halt die Jugend dann wieder abdecken. Und das ist ja die Mischung, die es ausmacht. Deswegen, ich glaube nicht, dass man irgendwann sagen kann, die ganzen alten Klassiker verschwinden und wir haben nur noch, ich sage mal, Klappgeschäfte, die schnell auf und ab zu bauen sind. Ich denke, das wird immer eine Mischung sein und das wird der Trend sein. Und ich glaube, höher, schneller, weiter. Ich glaube, da sind wir einer Spitze angelangt, weil wie hoch wollen wir noch? Weil umso höher man kommt, umso mehr Ausflug hat man, umso mehr Platz braucht man, umso wenig kann ja auch wieder drum herum gestellt werden. Denn ich denke, wir sind von der Höhe sind wir angekommen. Das denke ich schon. Ja, und du kannst dir auch was dazu sagen, denn du hast auch schon am Freefall Tower gearbeitet und Hochfahrgeschäfte und so weiter. Was war denn alles dabei, wo du schon rekommendiert hast, Jess? Ja, da müsste ich mal überlegen. Also ich habe angefangen damals am Beachjumper. Dann habe ich bei Michael Schneider am Breakdance in Dortmund gearbeitet. Dann war ich mal am Skater der Familie Kaiser gewesen. Dann habe ich mal den Andi Langscheid ein Wochenende ausgeholfen am Take-off. Dann war ich mal in Aufkrange, muss man ja sagen, nicht in Krange, Aufkrange am Clubschiff oder Fandschiff. Und dann bin ich tatsächlich zum Power Tower der Firma Schneider gekommen, mit Anschluss vom Hangover, wo wir die Premiere dann hier in Düsseldorf und alles hatten. Und bei der Firma Schneider war ich acht Jahre. Und danach war ich ein Jahr zu Hause gewesen, weil ich gebaut habe zu Hause. Da habe ich mich mehr um meine privaten Dinge gekümmert. Und dann war ich jetzt die letzten drei Jahre bei der Firma Kaiser Grünberg am Breakdance gewesen, die ja dann auch noch den alten Breakdance von Aigner mit in der Flotte hatten, also an zwei Breakdance. Ja, und jetzt bin ich seit Anfang diesem Jahr, 2023, seit Würzburg bei der Patricia Kinster am Breakdance No. 1. Ja, und da gehen wir nachher dann auch nochmal vorbei. Das hoffe ich doch. Damit meine Zuschauer auch mal deinen Arbeitsplatz sehen können. So muss es sein. So, wir gehen jetzt mal weiter über die Kirmes hier. Sehr gerne. Bei welchem Geschäft hat es dir am meisten Spaß gemacht zu arbeiten? Ja, das ist eigentlich eine Frage, die mir oft gestellt wird. Die kann ich aber so nicht beantworten, weil eigentlich jedes Geschäft seinen eigenen Stil hat und die eigene Verarbeitung hatte. Wie das am Turm halt war, war ja mehr auf Entertainment und sehr viel Reden ausgelegt. Was ja beim Breakdance nicht so ist, weil beim Breakdance ist ja eher dann die Musik im Vordergrund und dann halt die richtige Ansprache so. Aber das kann ich nicht sagen. Also da, wo ich in den Firmen, wo ich bis jetzt war, hat es mir eigentlich überall gefallen. Welcher Job war am anspruchsvollsten? Da muss ich schon sagen, dass der Job bei dem Power Tower am anspruchsvollsten war, weil da halt wirklich viel über das Reden gemacht wurde. Also dieses Non-Stop-Reden und die Leute zu unterhalten, dass sie stehen bleiben und mitfahren, das fand ich schon am anspruchsvollsten. Wie ist das eigentlich mit der Sicherheit an Rundfahrgeschäften? Da hast du ja auch schon eine ganz schöne Verantwortung. Auf jeden Fall hast du, aber du hast ja überall eine Verantwortung. Das ist ja nicht nur am Rundfahrgeschäft, sondern an jedem Geschäft hast du ja die Verantwortung. Und so wie am Breakdance, du musst dich auch zu 100 Prozent auf deine Mitarbeiter verlassen können. Dass genau die sind ja dein zweites, drittes, viertes, fünftes Auge, die den Betrieb ja mit begleiten und auf die Sicherheit auch achten. Denn ich in dem Sinne kann ja agieren oder sagen oder gucken oder signalisieren, worauf sie achten sollen. Wie sieht eigentlich so ein Arbeitstag bei dir jetzt aus hier am Breakdance, wo du jetzt gerade arbeitest? Ja, ich stehe morgens auf und dann trinke ich erstmal gemütlich einen Kaffee. Und dann gehe ich mal mit vor zum Geschäft, fahre schon mal den Computer hoch, schaue mal, ob wir neue Musik hinzufügen können. Oder man sortiert ein paar Playlisten aus. Man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Also ich mache für meinen Job, dass ich für meinen Job und für meinen Alltag oder Tag halt mich darauf vorbereiten kann. Quatsch mal ein bisschen mit den Jungs, gucke, ob es irgendwas zu helfen gibt, ob ich was helfen kann oder sowas. Also wir sind auch wirklich ein Team hier, die zusammenwachsen und die sich auch gegenseitig helfen. Baust du auch selber mit auf? Also auf und ab bauen tue ich nicht selber mit. Was ich mal mache, wenn wir es wirklich eilig haben oder wenn ich am nächsten Tag, also wenn die Kirmes vorbei ist und ich fahre am nächsten Tag erst nach Hause, dass ich den Jungs mithelfe und ein Kabel oder sowas mit weg machen schon mal. Von der Musikanlage die Kabel wegziehen oder Lichtkabel schon mal weg machen und zusammenwickeln. Das mache ich schon, weil das ist für die Jungs natürlich auch eine Erleichterung, wenn dieses kleine Kram schon mal weg ist alles. Wie sieht das aus? Wie lebst du hier auf der Kirmes? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wie lebt man auf der Kirmes? Was ich ja immer sage, man hat ja so ein bisschen das Doppelleben, so ein zweites Leben hat man ja. Weil was man zu Hause macht, ist ja auf der Kirmes schon was anderes. Und ja, das ist halt meine zweite Familie hier. Das ist jetzt nicht so, dass ich nur hier bin und meinen Job mache, sondern das ist halt Familie. Freunde, die ich hier habe oder halt auch dieser Zusammenhalt im ganzen Team, dass das eine große Familie ist. Ja, und gleich sind wir bei euch am Breakdance und das ist deine Arbeitsstätte, oder? Das ist jetzt meine aktuelle Arbeitsstätte, tatsächlich. Ja, hier wird noch gewerkelt, geputzt und geschmiert und so weiter. Wie aufwendig ist das eigentlich jeden Tag hier, das Geschäft zu warten? Also aufwendig möchte ich gar nicht so sagen. Wir fangen morgens ziemlich früh an und es wird halt alles gemacht. Die komplette Wartung wird ja gemacht, abgeschmiert, kontrolliert, geputzt. Kaputte Glühbirnen werden ausgetauscht und ja, halt sauber gemacht. So, dass man halt den Betrieb so präsentiert, wofür die Firma Kinster ja bekannt ist. Gepflegt, authentisch und verantwortungsbewusst. Ja, der Breakdance Nummer 1 ist ja auch ein richtiges Kultgeschäft. Sag mal, wie lange gibt es den schon? Den Breakdance Nummer 1 von der Firma Kinster gibt es jetzt 35 Jahre, betreibt sie ihn. Und das mit Erfolg, was ihr ja auch den Zuspruch gibt, möchte ich fast sagen. Weil, ob man Kirmes-Fan ist oder nicht, ich habe das jetzt bei Patrizia schon öfters erlebt, wenn wir in verschiedenen Städten waren, dass wirklich die Leute auf sie zukommen und sagen, Mensch, sie kenne ich schon 5 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre. Also, dass sie wirklich über Generationen die Leute begleitet und dass man immer wieder sagt, Mensch, Frau Kinster, Sie sind immer noch da und Sie machen das super. Und die Leute steigen ja aus mit Daumen nach oben, weiß, sie ihn gefällt und weiß halt, dieser Kultcharakter ist, was das Geschäft und Frau Kinster ausdrückt. Ja, und jetzt sehen wir das Geschäft in seiner vollen Pracht. Und das ist ja schon ein Scherzchen, oder? Auf jeden Fall. Der Breakdance wird halt ausgezeichnet, halt durch seinen Charakter oder seine Merkmale mit den Spiegelleisten und sowas, was ja auch nicht jeder hat und es ist halt eine klare Linie. Es ist nicht zu bunt, es ist überschaubar, die Farben sind nicht durcheinander gewürfelt, sondern es ist wirklich eine klare Linie und ich finde, das macht diesen Breakdance einfach aus, dass man wirklich vor dem Geschäft steht oder am Geschäft steht und nicht abgelenkt wird durch zahlreiche andere Motive oder Lichter oder so, sondern dass es wirklich eine klare Linie ist. Und das Geschäft hat ja auch abends eine super Lightshow, also ich zeig das mal gerade hier oben. Hier gibt es jede Menge Moving Heads, so heißen die, ne? Genau, die Moving Heads haben wir als Highlight. Es sind natürlich im Nebel besser zu sehen, als wie ohne Nebel, aber auch so ist man halt immer den aktuellen Standards angepasst. Also ob Moving Heads sind, ob es die LED-Beleuchtung sind. Man macht halt immer viel neu. Jetzt wurde zum Beispiel die Rückwand und der Schriftzug komplett in LED umgerüstet und man geht halt mit dem Trend mit. Man guckt aber, dass die Linie, was es 35 Jahre ausgemacht hat, nicht verloren geht, sondern dass man wirklich sagt, okay, dann kommen LEDs rein, aber man macht trotzdem die Linie weiter, wie man sie gewohnt ist. Sind ja auch RGBs verbaut? Nein, hier gar nicht. Das ist ja das, was ich sage, wovon die Firma Kinzer ja, was heißt nicht, sie möchte ja nicht abdriften von dem, was sie ja hier aufgebaut hat. Und deswegen sage ich ja, die normalen Glühbirnen wurden ersetzt in LEDs, damit man diesen Stand halt beibehält. Und jetzt nicht, der Schriftzug würde, glaube ich, nicht der Schriftzug sein, wenn er jetzt auf einmal kunterbunt leuchten würde und alles durcheinander und mit 5000 Videoeffekten, weil die Leute sollen ja ins Geschäft gucken und sollen ja schauen, wie die Leute sich verhalten, dass sie glücklich sind, dass sie Spaß haben. Und alles andere würde, glaube ich, ablenken. Und das ist halt das, was das Geschäft hier ausmacht. So, Erik, sollen wir mal kurz zu deinem Arbeitsplatz gehen? Ja, dann kommt mal mit zu meinem Arbeitsplatz. Als Arbeitswurzest du das jetzt nicht bezeichnen, weil das ja deine Welt ist, oder? Genau, also für mich ist ja wirklich, dass der Beruf Rekommandeur gar nicht ein Job ist oder eine Arbeit ist, sondern halt mein Leben ist. Ich habe damals, wo ich angefangen habe, war das halt noch so, dass ich das nur am Wochenende gemacht habe oder plätzeweise oder mal eine Woche oder mal einen Platz. Aber wo ich dann am Power Tower zum Beispiel angefangen habe und komplett mitgereist bin und dann halt dieses Doppelleben führen musste, da wurde das halt, dass es halt mein Leben ist und dass man sich halt auch so bewegt und gibt. Weil ich sage jetzt nicht, wenn wir abends hier Feierabend machen, wir machen die Steuerung auch so, Feierabend, alles klar, tschüss, ich bin weg, sondern man lebt es halt. Das ist nicht Feierabend, das ist alles klar, der Tag ist vorbei und dann lässt man ihn noch so ein bisschen ausklingen und so fängt das morgens ja dann auch an. Also man steht ja morgens auf und geht schon mal zum Geschäft vor, die Mitarbeiter sagen Hallo, man hat Gespräche oder ich gehe zu Patricia oder zu Roland mal nach hinten, wo man auch Gespräche hat oder es gibt ja auch Dinge zu erledigen, dass man was zu einer Verwaltung bringen muss oder Postwege oder Einkaufen oder so. Also das ist ein Rhythmus oder ein Zahnrad, wo die Zähne ineinander greifen und so funktioniert es hier halt. So, ich zeige das mal. Hier ist ja jede Menge Elektronik verbaut. Was sehen wir hier? Ja, hier siehst du eigentlich den Schaltstand, also der Fahrstand, das Herzstück eigentlich von jedem Karussell. Angefangen vom Licht, also hier ist die Lichtsteuerung drin, die Lichtsicherung, hier ist für Licht Rückwandkasse, Chipkasse und sowas die Beleuchtung und hier ist eigentlich die komplette Steuerung drin verbaut. Apropos Steuerung, hier sehen wir ja die Steuerung. Ist das noch die Originale? Das ist noch die Originale, das Originale Fahrpult und ja, von hier wird der Breakdance agiert und gesteuert. So, dann zeig uns mal ganz kurz, wie man jetzt eine gute Fahrt hat bei so einem Breakdance. Eine gute Fahrt hast du natürlich nur mit einem guten Rekommandeur und das wird gesteuert hier über die Radscheibe, die du hoch und runter drehen kannst, die Geschwindigkeit und dann halt noch die Kreuze. Jeweils andrücken und ausdrücken und vorrücken. Und hier ist halt komplett die Lichtsteuerung mit den Scheinwerfern dann. Wie ist das mit Jingles? Was benutzt ihr da? Jingles benutzen wir gar keine und das ist das auch, was sich immer Kindler wieder ausmacht, dass sie diese klare Linie führen und gar nicht so viel drumherum und Ablenkung haben möchten, sondern dass man sich hier wirklich auf Musik, auf Ansprache und sowas konzentriert und dass das ein cleaner Ablauf ist. Ja, du hast ja hier so Herzen geschenkt bekommen. Von wem sind die? Die sind tatsächlich von unseren Fans, also Patricia selber bekommt die und ich habe das in, jetzt muss ich überlegen, Stuttgart geschenkt bekommen. Bester Rekommandeur. Das ist ja schon eine Anerkennung. Das beste Rekommandeur ist schon eine Anerkennung, wenn das die Leute eingeben und es auch so meinen. Allerdings bezeichne ich mich nicht als bester Rekommandeur, weil ich finde, es gibt keinen besten Rekommandeur. Das ist über die Jahre gewachsen alles und jeder gehört zu einem Geschäft dazu. Was für mich immer so ist, wie der Simon zu dem Shake gehört, weil ich finde, von der Stimme her und vom Ablaufen, wie er das Geschäft betreibt, ist das 100 Prozent, das passt. Wie ein Justin am Breakdance sitzt, jeder hat so seinen Geschäftstyp und seinen Ablauf, wo er sich darauf fokussiert und wo er sich entfaltet und sich ausbaut. Und das ist ja wichtig, dass man weiß, was man macht und dass man das Geschäft verkörpern kann. So sehe ich das immer. Was denkst du darüber, über manche Kirmes-Fans, die dann schreiben, ah, den Rekommandeur, den kannst du aber vergessen oder der Rekommandeur ist spitze und sollten die dann nicht ein bisschen toleranter sein? Ich finde immer, jeder hat ja so seine Meinung. Und wenn ich keine Salami esse, dann esse ich keine Salami. Da kann mir keiner sagen, kauf die doch mal von der und der Marke und probier die mal. Und ich finde, so ist das auch auf der Kirmes. Es ist ja überall so. Es gibt jemanden, der findet was gut und es gibt jemanden, der findet was schlecht. Was ich immer sage oder unterscheide, wie man es rüberbringt. Wenn man jetzt einen nicht gut findet, ist das eine Sache. Aber dass man jetzt einen noch schlecht macht oder das Geschäft dann schlecht redet, das finde ich halt nicht so. Aber das sind halt die Kirmes-Fans. Das unterscheidet einen von einem normalen Kirmes-Besucher, weil ich glaube, kein normaler Kirmes-Besucher würde jetzt über den Platz laufen sagen, der kann nichts. Weil warum? Das ist eine Momentaufnahme, wo er vorbeigeht. Da ist ja eher das Ziel, den normalen Kirmes-Besucher in den Bann zu ziehen, dass er stehen bleibt, dass er mitfährt, dass er das Gefühl hat, dass er hier hingucken muss, dass er hier mitfahren muss, das ist ja die Kunst an diesem Job. Na gut, ich bin ja auch Kirmes-Fan und ich habe da eine andere Einstellung zu, weil mir gefällt die Unterschiede zwischen den Rekommandeuren sehr gut, weil da man überall was anderes geboten kriegt und auch so eine Abwechslung hat. Also das ist meine Meinung. Genau. Und das ist ja das, was ich auch wieder sage, jeder hat seinen eigenen Style und jeder muss sich selber in diesem Betrieb, wo er dran sitzt, entfalten. So, hinter dir habe ich ja gerade gesehen, hier ist so ein Hauptschalter. Und wo habt ihr jetzt euer Notaus, wenn ihr jetzt beispielsweise, wenn ihr jetzt das Karussell schnell anhalten müsstet? Ja, der Notaus ist immer am Fahrpult eigentlich verbaut. Das hat jedes Geschäft, das ist ja so vorgegeben, dass das am Fahrpult ist. Und hier hinten ist eigentlich nur die Hauptsicherung für den Betrieb, für die Ansteuerung. Und unten ist fürs Licht. Also das ist einmal zweimal abgesichert. Einmal für den Betrieb an sich und einmal fürs Licht. Wie lange dauert das ungefähr, wenn ihr jetzt in Notaus drückt, bis das Karussell zum Stillstand kommt? Ja, es dreht aus. Also es ist dann stromlos geschalten und es dreht aus und bleibt dann still. Also mir hat vor kurzem ein Konstrukteur von so einer Fahrgeschäftsfirma gesagt, dass in der heutigen Zeit das gar nicht mehr möglich wäre, ohne so ein Geschäft einzuzäunen, sowas zu eröffnen. Er meinte zu mir, wenn jetzt so ein Breakdance neu gebaut würde, würden die erstmal einen Zaun drumbauen und dann wird das eine Genehmigung kriegen. Und so wie das jetzt gehandhabt wird, wäre gar nicht mehr möglich. Also das heißt, es wird jetzt geduldet praktisch und das wird alles immer strenger. Was hältst du davon? Ja, ich meine, das Thema Sicherheit ist ja eh immer so ein Thema für sich. Es ist ja wichtig und es ist auch wichtig, dass man mit der Zeit geht. Und man sieht es ja, wie du ja gerade sagst, an den neuen Geschäften ja schon, dass ja die Bahnhöfe, wie wir sie ja nennen, tatsächlich so gebaut werden, dass die Leute sich davor sammeln und sowas. Ich finde, das ist ja dieser Klassiker Breakdance, also das ist ja das, was das Feeling ausmacht, dass die Leute auf den Faulenzern oder hinten an der Rückwand verweilen und ja eigentlich dieses Geschäft ausmachen, dass sie halt hier sind, dass sie chillen, dass sie das Geschäft erleben, dass sie die Musik hören, dass sie sich hier mit Freunden treffen. So ein Breakdance ist ja auch immer so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt eigentlich auch. Also wenn man sich irgendwo trifft, dass man sagt, komm, wir treffen uns am Breakdance, weil da halt dieser Jugendbann ja schon sehr im Vordergrund steht. So, ich habe jetzt hier, ich blende das mal ein, TÜV, das sagt ja schon alles. Von 1988, das ist nicht die letzte Prüfung, sondern das ist die erste Prüfung gewesen. Das war jetzt so ein kleiner Gimmick. Und zwar sehen wir ja hier so Spannungsanzeigen. Also hier einmal von den Gondelkreuzen und dann von den Motoren. Und worauf müsst ihr da achten? Ja, wie du ja siehst, das ist einmal Motor 1 und Motor 2, weil der große Breakdance zum Beispiel, also mit den sechs Kreuzen, hat zwei Motorantriebe statt ein. Und ja, das ist halt dann für uns so ein bisschen die Überwachung, wie die Motoren halt arbeiten. Sie müssen halt immer, wenn du die Motoren aufträgst, müssen sie halt gleich laufen und die gleiche Spannung haben, dass sie halt gleich arbeiten. Achtest du auch da drauf? Ja, da solltest du schon drauf achten, weil das gehört auch dazu. Also es ist nicht nur hier sitzen und dumme Sprüche klopfen, sondern es ist wirklich die komplette Sicherheit und Aufgabe, was wir hier vermitteln und worauf wir auch wirklich achten. Ja, und jetzt habe ich das auch gerade noch hier gesehen. Und zwar, das ist hier so eine Lichtsteuerung. Genau, die ist für die Schrift, für die Umrandung. Rückwand wird damit gesteuert. Was sehen wir hier noch? Hier ist auch noch jede Menge Elektronik verbaut. Genau, das ist halt komplett für die Steuerung. Im rechten Schrank sind halt die Typaks für die Kreuze verbaut und hier im linken Schrank sind die Typaks für die Radscheibe verbaut. Je Motor ein Typak. Hier unten habt ihr noch eine Kühlung. Genau. Es wird immer sehr heiß. Das hat Huss irgendwie standardmäßig drin, dass wenn man die Steuerung einschaltet, man gleichzeitig eine Heizung hat. Was viele nicht wissen, ihr müsst ja hier wirklich auf alles achten. Ihr habt ja hier Feuerlöscher. Ich zeige es euch mal gerade. Das hat bis jetzt noch kein Kirmesfan oder Reporter eingeblendet. Das gehört ja alles dazu. Hier sind ja unzählige Sachen, auf die ihr achten müsst. Was gibt es denn da noch alles? Genau. Also das sind halt diese ganzen Kleinigkeiten, was auch mittlerweile vom TÜV oder von den Behörden vorgeschrieben wird und woran man sich auch zu halten hat, dass wenn wirklich mal was ist, dass man vorbereitet ist. Wie der Verbandskasten aktuell sein muss, so wie im Auto auch. Sonst bekommst du auch keinen TÜV, also dass der Verbandskasten für Notfälle da ist. Die Feuerlöscher auch. Das sind auch zwei verschiedene, nicht weil wir gedacht haben, wir kaufen mal zwei, sondern zwei verschiedene, weil es einmal wirklich gegen Feuer ist. Und dann ist der kleinere zum Beispiel, wenn jetzt im Schaltschrank was wäre, weil du mit diesem Stoff, was da drin ist, halt den Schaltschrank löschen oder unter Kontrolle bringen würdest, wenn da drin was wäre, weil du halt nicht mit diesem Wasserstoff, was in den anderen drin ist, da mal eben in die Elektronik reinsprühen kannst. So, ich zeige das mal hier. Hier sehe ich noch einiges an CDs. Ihr habt ja noch so einen Umark CD-Mixer. Ich glaube, den ersten, den es da gab, war dieser D-None 2000F oder wie der hieß. Den hatte ich früher auch. Und arbeitet ihr noch damit oder mehr mit dem Computer? Sowohl als auch. Also wir machen viel über den Computer, da das halt schneller ist und schneller rauszusuchen ist, wenn man was tut. Aber an sich benutzen wir auch noch CDs tatsächlich, weil wir CDs ja haben, beziehungsweise Patricia auch wirklich CDs hat, wo Mixe drauf sind oder Lieder drauf sind, die halt nicht jeder hat. Und da legt sie halt auch viel Wert drauf, dass halt genau das gespielt wird, was nicht jeder hat. Wird sich hier auch viel gewünscht? Es wird sich viel gewünscht, aber es wird nichts erfüllt. Also so harten Hip-Hop und so spielt ihr jetzt nicht so harten deutschen Hip-Hop oder sowas? Also Hip-Hop schon. Der Breakdance ist ja, Patricia ist ja auf die Schiene R&B, Hip-Hop und so war. Oder Black fährt sie ja auch. Da ist sie ja schon drauf fokussiert. Habt ihr irgendwie eine Grenze, was ihr jetzt nicht spielen würdet? Ja, was halt zu beleidigend ist oder so. Also was zu viel in so eine Schiene rutscht, dass es nicht mehr dazugehört. Also so Deutsch-Web und sowas spielen wir auch. Aber halt Deutsch-Web, was so ein bisschen den Beat hat, wo man mitgerissen wird, was halt einen coolen Text hat und sowas. Aber jetzt nichts, wo man Wörter hört, die man nicht hören möchte. Ja, jetzt noch was zum Thema Ticketpreise. Und ihr seid ja dann noch sehr familienfreundlich aufgestellt, ne? Ja, das stimmt. Ja, worauf Patricia Kinzauer Wert legt, dass man halt diesen Power-Tarif beibehält, dass man halt Ride More, Pay Less hat, dass man halt diese Staffelpreise hat und dass man auch wirklich noch familienfreundlich fährt und dass es sich auch noch jeder erlauben kann, ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn ihr jetzt für den Breakdown 6, 7 Euro bezahlen müsst und es steigt kein Mensch mehr ein. Und auch wir haben ja Kosten mit den Mitarbeitern, Strom, Platz und alles drumherum, was wir halt abdecken müssen. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, dieses Jahr diese 50 Cent zu erhöhen, weil 50 Cent wirklich verkraftbar sind und akzeptabel. Und eure Seite hier vom Breakdance, die hat ja auch eine coole Facebook-Seite. Ich blende das gerade mal ein. Sag mal, wie ist jetzt die Adresse? Also Kinzau Breakdance No. 1 bei Facebook. Wir sind allerdings auch bei Instagram unter Kinzau Breakdance No. 1 alles zusammengeschrieben. Der Breakdance hat auch eine große Fanbase, ne? Dieser Breakdance hat wirklich eine riesengroße Fanbase, aber das ist ja auch kein Wunder. Es ist ja ein sehr schönes Geschäft, groß, dynamisch und es wird genau so betrieben, dass es im Kult-Sinne schon über Jahre geführt wird. Können wir vielleicht mal unter den Breakdance gucken? Das wäre mal ganz interessant. Das könnten wir machen. Ja, Erik, du bist ein toller Typ, denn du machst das so richtig mit Herzblut und das merkt man. Das Herz gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, dass wenn man es mit Herz nicht machen würde oder mit seiner Seele, dass man den Job nicht machen kann. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich in Düsseldorf wohnen würde, dass ich jetzt sagen würde, jetzt ist gleich 14 Uhr, ich gehe mal um 13.30 Uhr los und setze mich mal an das Fahrgeschäft oder ans Mikrofon, sondern dass man wirklich sagt, Mensch, ich muss das leben. Und ich sage ja, wir sind ja eine große Familie. Den einen kann man mehr leiden, den anderen weniger, aber am Ende gilt ja das zu verkörpern, was man wirklich will. Und für mich ist das das Leben. Wenn ich zu Hause bin im Januar, Februar, Anfang März, dann denke ich mir auch immer, was willst du denn hier zu Hause jetzt? Du musst doch mal wieder raus und unter Leute. Du musst die Welt wieder sehen. Und das macht den Job ja auch aus, dass du ja in verschiedenen Städten auch unterwegs bist und einen riesen Freundeskreis und Bekanntenkreis ja auch hast, dass du überall zu Hause bist. Und das sind wir ja. Von wo kommst du eigentlich gebürtig? Gebürtig komme ich aus Grimma, also aus Sachsen bei Leipzig und bin aber aufgewachsen am Möhnesee, als du Kreis suchst. Und wie wohnst du jetzt? Im Wohnwagen? Ja, also ich habe ein Abteil hier für mich alleine und so verbringe ich meine Nächte. Alleine. Was sich ja viele vom Privat nicht vorstellen können, so unterwegs zu sein und immer was Neues zu sehen. Und ihr habt ja da auch alles, was man braucht. Wir haben alles, was man braucht. Und das stimmt. Das können viele nicht nachvollziehen. Oder viele wissen nicht, wie man so ein Leben eigentlich führt. Und ich habe auch sehr viele Freunde. Oder selbst meine eigene Familie kann es gar nicht nachvollziehen. Weil selbst mein Vater hat damals gesagt, Mensch, Erik, willst du nicht doch eher was anderes machen? Und einen normalen Job? Und du kommst ja eigentlich aus dem Verkauf. Ich bin ja aus dem Einzelhandel, komme ich ja. Oder dass man das weiterführt. Also meine Eltern zum Beispiel hatten da gar kein Verständnis. Was heißt kein Verständnis? Sie haben es halt nicht so akzeptiert oder geduldet, weil sie es sich auch nicht vorstellen konnten dann. Ja, was ich immer witzig finde, ist, dass es ja wirklich noch Menschen gibt, die haben so die Vorstellung. Die Schausteller haben keine Waschmaschine und keine Toilette und so. Da ist ja alles drin, was ihr braucht. Und da sieht es ja aus wie ein Einfamilienhaus, oder? Ja, aber man sagt das immer so, die Schausteller und so. Aber das ist ja die in ihr Zuhause. So wie wir ja unsere Wohnung haben oder ein Haus oder so, so ist das ja die in ihr Wohnwagen, wo die das ganze Jahr drin leben. Und deswegen gehört es dazu, dass dieser Wohnwagen mit allen ausgestattet ist, was wir zu Hause auch haben. Ob es eine Waschmaschine ist, ob es ein Trockner ist, ob es eine Fritteuse ist, ein Backofen oder sonst was. Und das gehört halt dazu. Und du musst es ja auch haben, weil du brauchst es für den alltäglichen Bedarf. Und das ist ja das, was ich sage, das ist ja das Doppelleben, was man führt. Ich habe zum Beispiel zu Hause mein Haus, was komplett ausgestattet ist. Und hier bin ich auf das Kleinste und Pragmatischste reduziert, was ich aber für mich gut finde, weil ich weiß, das zu Hause zu schätzen. Und ich weiß auch hier zu schätzen, was man hat. So Markus, dann komm mal rein. Ich habe den Eingang gefunden. So, und so ein Fahrgeschäft steht ja immer auf dem Mittelbau und der steht hinter dir, ne? Genau, das ist der Mittelbau. Größer als wie bei den Kleinen, was ja auch verständlich ist. Und ja, das ist so das Herzstück zusammen mit dem Fahrstand eigentlich, was das Geschäft ausmacht. Also von hier sind alle Verstrebungen. Hier wird der Rundlauf dann mit verbaut. Und wie gesagt, das Podium liegt oben auf, wo dann die Gondelkreuze und die Gondeln befestigt sind. Und ja, von hier aus wird immer aufgebaut. Der Mittelbau ist der erste, der steht, und der letzte, der abgebaut wird. Was ist jetzt alles hier an Motoren verbaut? Wie viele Motoren sind jetzt hier verbaut? Also zwei für den Hauptantrieb. Also für das Podium haben wir zwei verbaut. Und sechs insgesamt für die Kreuze. Ja, und ich denke mal, hier gibt es einiges zu tun, bevor ihr eröffnet. Ja, das stimmt. Wie gesagt, die Kreuze werden oben, wo die Hauben drauf sind, das wird abgemacht. Da wird halt abgeschmiert und sauber gemacht und abgefettet. Und hier unten halt auch. Die Motoren, die Getriebe müssen alle gewartet werden. Und ja, es wird halt wirklich drauf geachtet, dass halt alles sehr intakt gehalten wird und sauber und gepflegt. Wie alt ist jetzt das Geschäft? 35 Jahre. 88 war die erste TÜV-Abnahme. Ja, jetzt kommen wir mal zum aktuellen Thema. Bemalung. Leidig für die Schausteller und auch für die Kirmesfreaks. Da ist ja im Moment ganz viel Bewegung drin. Und was hältst du eigentlich davon, dass das so thematisiert wird im Moment? Ja, es ist halt so eine Sache. Ich kann schon die Sache verstehen und dass man auch darüber spricht oder dass man darüber diskutiert. Allerdings finde ich es, man muss es abwiegen, weil also ein bisschen ansehnlich oder offen leben die Leute ja auch und so laufen sie ja auch rum. Und es ist ja keine Pornografie oder so, was man darstellt, sondern es ist halt dieses offene Leben. Und wenn man sich ja die Rückwand eigentlich mal anguckt, gerade von den Klassikern, das ist ja damals die Zeit gewesen, dass man an einer Bar sitzt, dass man auf dem Hocker locker sitzt, mit Basecap auf, dass man eine Jeansjacke anhat und ein bisschen freizügiger oder ein Kleid anhat und die Beine hoch hat oder dass man sich so präsentiert, wie man sein will. Und ist das nicht das, was die Kirmes und das Feeling ausmacht, dass man genau in diesem Moment sein kann, wie man möchte und dass es doch gerade die Mischung ist, die doch alles ausmacht. Und deswegen finde ich es, nicht gut, wenn man sagen würde, man muss davon jetzt abweichen und man muss es komplett ändern und man muss eine Schiene fahren, wo man zugezogen ist und zurückhalten und schüchtern oder was. Ich finde, also wenn man wirklich von links nach rechts filmt die Rückwand, ist das doch genau das, was das Leben beschreibt, dass man offen ist, dass man Spaß hat, dass man cool unterwegs ist, lässig ist und das macht, worauf man Lust hat. Das Ganze ist ja auch irgendwie eine Gratwanderung für die Schausteller, weil die wollen ja auch Plätze kriegen und irgendwie klarkommen mit den Kommunen. Was denkst du, inwieweit sollte man da nicht nachgeben? Nicht nachgeben wäre vielleicht der falsche Begriff. Also es gab ja den einen oder anderen, der seine Dekoration angepasst hat oder was. Da kann man ja drüber diskutieren. Aber man braucht ja die Welt jetzt nicht neu erfinden oder verändern. Das Wichtigste ist, dass sich keiner angegriffen fühlt, dass man weiter die Schiene führt, dass wir familienfreundlich sind. Und da, finde ich auch, geht der Trend komplett wieder hin. Was mir so die letzten ein, zwei Jahre aufgefallen ist, gerade nach Corona, dass wirklich wieder sehr viele Familien auf die Kirmes gehen und dieses junge Publikum gar nicht mehr so wild ist, wie es mal war. Und das muss in Einklang sein. Ja, wir stehen ja hier an euren Gondeln und wurden die mal verändert oder sind die noch im Originalzustand? Ne, die hatten mal ein neues, also das, was jetzt drauf ist, das ist eigentlich das neue Design, was mal gemacht wurde. Und ja, das hat sich halt durchgesetzt. Aber wie ich ja vorhin schon mal sagte, mit dieser klaren Linie, das, finde ich, ist halt hier wirklich so. Weil wenn man drumherum steht oder auch vorm Geschäft, du wirst, du nimmst die Farben wahr, aber du wirst nicht abgelenkt. Viele haben ja irgendwelche Gesichter drauf oder ganz viel Bunt und sowas, wo du dich eigentlich auf diese Gondel konzentrierst. Aber wenn du jetzt hier so am Geschäft stehst, finde ich, das ist meine Meinung, dass man schon ins Geschäft reinguckt und die Leute beobachtet, was sie machen, dass halt die Ablenkung gar nicht da ist. Ja, und heute ist es mal nicht so heiß. Auch nicht schlecht, oder? Ja, Gott sei Dank. Wobei, ich muss ja sagen, dass ich das Düsseldorf gar nicht so kühl kenne, in Anführungsstrichen. Es sind wirklich schöne Temperaturen, was ich auch besser finde. Also es weht ein bisschen Wind, aber es ist angenehm. Also man kann nicht sagen, es liegt am Wetter, dass die Leute nicht kommen können. So, ich blende das mal ein hier. Hier sehen wir ja eine ganz besondere Fahne, nicht wahr, Erik? Genau, die Regenbogenfahne. Denn heute ist hier ein Düsseldorfer Verein, Kirmes Pink Monday, was sich ja sehr eingebürgert hat in den letzten Jahren und was auch immer mehr mitmachen. Also es wird immer, immer mehr zum Fokus auf diesem Montag. Ja, und du selber bist ja auch schwul, ne? Genau. Und wie ist das so? Birst du da anerkannt auf der Kirmes? Ja, das schon. Also ich lebe ja mein Leben sowieso, wie ich das möchte. Ich lasse mir ja nicht wirklich was vorschreiben oder ich passe mich auch nicht an oder so. Ich habe mich damals geoutet, da war ich 14. Wie gesagt, jetzt bin ich mittlerweile 36 und jeder soll eigentlich leben, wie er will. Gibt es da eigentlich immer noch Vorurteile? Ich denke schon, dass es da Vorurteile gibt und auch Berührungsängste. Es sind ja auch wirklich viele, die sagen, ja, wenn du schwul bist und sowas, dann ist das eine Sache, aber lass mich in Ruhe, wo ich immer sage, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun und nur weil ich schwul bin, heißt das ja nicht, dass ich sofort jeden Mann oder sonst was haben möchte. Ja, und jetzt gehen wir zu einer berühmten Location und da findet nachher die Party statt. Ja, wir stehen jetzt hier direkt im Schwarzwald Christel drin, im schönen Biergarten bei super angenehmen Temperaturen und hoffen, dass der Pink Monday heute ein voller Erfolg wird. Ja, und den gibt es ja nicht zum ersten Mal, ne? Nee, den gibt es auch wirklich schon über Jahre und der hat sich hier sehr eingebürgert, hier in Düsseldorf. Also jeder aus der Szene weiß eigentlich, dass man montags in Düsseldorf zum Pink Monday erscheinen sollte. Und wie ist das entstanden? Entstanden weiß ich gar nicht. Ich denke, das wird eine Kopierung gewesen sein, die sich montags immer getroffen hat oder sonntags oder wie auch immer und dass man es dann auf den Montags festgelegt hat und dass die Leute sich dann hier getroffen haben. Weil das Schwarzwald Christel hier in Düsseldorf ist wirklich der zentrale Punkt, wo es eigentlich losgeht. Und alle anderen bauen sich das jetzt nach und nach auf und aus und verfolgen den Trend, also dass wirklich dieser Montag zum Pink Monday wird, dass diese ganze Veranstaltung eigentlich in diesem Bann gezogen wird. Ja, und hier geht es nachher zur Sache. Ja, ich hoffe, hier geht nachher richtig die Post ab oder was. Vielleicht werde ich mal in meiner Pause auch hier vorbeischwirren und mir das Spektakel mal angucken. Ja, das wollte ich gerade schon sagen, denn bei dir geht es nachher auch zur Sache, ne? Genau, bei uns geht es nachher auch zur Sache. Wir werden auch mal gucken, was wir unseren Besuchern heute zaubern können. Wie ist eigentlich der Ablauf hier vom Pink Monday? Was wird dir alles geboten? Ja, wie gesagt, mittlerweile sind ja wirklich, dass dieser ganze Festplatz, das ganze Schützenfest eigentlich den Pink Monday annimmt. Also viele Schausteller gestalten ihre Geschäfte da schon richtig für, dass sie wirklich die Regenbogenfahnen hissen oder pinke Luftballons an ihre Geschäfte binden. Und ja, es wird halt, es ist wirklich eine große Show, wo viel geboten wird mittlerweile. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar das Thema Schwul ist ja im Moment sehr, sehr populär und es wird ja auch sehr, sehr hochgekocht, würde ich mal so sagen. Wie siehst du das? Ja, ich bin ja kein typischer Szenegänger, also ich sage ja, wer schwul ist oder lesbisch oder wie auch immer, der kann das ja gerne leben und so was, was ich halt immer so finde, wenn es allen aufgezogen wird und so, da bin ich halt nicht der Typ für. Wo ich halt auch sage, leben und leben lassen und jeder sollte eigentlich machen, was er will. Ob man das so fokussieren muss und so, ich meine, wie in Köln und Düsseldorf oder in anderen Städten diese ganze CSD-Geschichte und so was, klar ist das wichtig, um es zum Thema zu machen, aber man muss gucken, dass man es auch abwiegt und dass das Ganze in der Parade bleibt und keine Selbstdarstellung und so was. Denkst du nicht, dass es inzwischen dann auch viele Mitläufer gibt, die das einfach nur als Marketing benutzen? Das denke ich schon. Da gibt es ja tatsächlich das eine oder andere oder auch wenn ich bei Facebook oder bei Instagram das manchmal sehe, wie manche Firmen, Marken, sich dann die Regenbogenflagge oder ihr Logo dann auf einmal umwandeln da halt in die Regenbogenflagge, um auf den Zug aufzuspringen und so was. Da denke ich mir immer so, warum muss das sein? Weil es ist ja am Ende eine sexuelle Geschichte, denke ich mir und was ich ja im Schlafzimmer mache, sage ich mal so, Flop heraus, das geht ja eigentlich keinem was an. Ich glaube, dieses Pride sollte weniger mehr auf dieses Lesbische und Schwule bezogen werden, sondern eher auf die Vielfalt, dass man halt offen ist, dass man sagt, okay, wir sind offen, wir akzeptieren andere Menschen, egal ob dick, ob dünn, ob schwul, ob lesbisch, ob hetero, sondern dass wir einfach so leben wie wir wollen und uns da keine Vorschriften mehr machen lassen und ich finde, das ist eigentlich das, was dieses Pride oder der Pride ausmachen soll. Was denkst du eigentlich, was das optimale Maß wäre? Das optimale Maß wäre, dass du morgens aufstehst oder dass jeder eigentlich morgens aufstehen sollte und sagen sollte, ich bin ich, wer ich bin und ich akzeptiere jeden, wie er ist. Das wäre das optimale Maß. Ja, Erik, und du wirst ja ein toller Typ. Danke. Und du bist ja auch beliebt hier auf der Kirmes, ne? Ja, die einen lieben mich, die anderen hassen mich. Das ist, es ist, wie es ist. Aber ich sage ja immer wieder, ich mache das, was ich möchte und ich habe meine Freunde und alles andere soll jeder machen, wie er denkt. Wie lange geht das hier noch? Ja, wir haben jetzt Montag, also jetzt geht es noch bis einschließlich Sonntag und Sonntag ist dann der letzte Tag. Möchtest du die Leute vielleicht mal zu eurem Breakdance einladen? Ich lade jeden ein, der Lust hat, den Alltag zu empfliehen und nicht nur auf den Breakdance zu kommen, sondern einfach auf die Düsseldorfer Rheinkirmes. Kommt vorbei, erlebt es und ihr werdet wissen, wovon ich spreche. Ja, Erik, vielen Dank für das nette Interview und schön, dich mal wieder zu sehen. Und wo bist du jetzt demnächst noch auf Tour? Ja, mich hat das auch sehr gefreut. Vielen Dank auf jeden Fall auch an dein Interesse, Markus. Wir sind noch in Düren, in Bonn, in Stuttgart, Bad Kreuznach sind wir noch. Und ja, wir haben noch so ein paar Plätze, die wir halten und dann schauen wir mal, wem wir da noch alles so treffen. Tschö! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Düsseldorf, wie schauts aus? Habt ihr gute Laune? Hey, Düsseldorf, ich rede mit euch! Habt ihr gute Laune? Alles stark klappen. Dann wollen wir mal. Dann packen wir's an here. Dann packen wir's an, da legen wir los, da gehen mal Gummi. Let's go! Musik Untertitelung des ZDF, 2020